Und übrigens, alle Menschen machen Sünden. Alle Menschen machen Sünden. Auch große Gelehrten, auch Leute, die Allah fürchten, die machen Sünden. Aber der Unterschied ist, wenn sie Sünden begehen, dann bitten sie Allah um Verzeihung, Vergebung und zeigen Reue, weil sie vom Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, das gelernt haben. Der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, hat am Tag hundertmal oder siebzigmal astagfirullah wa atubu alaih gesagt, ich bitte Allah um Verzeihung, Vergebung, hat er gesagt, sallallahu alaihi wa sallam. Und er hat Reue gezeigt, sallallahu alaihi wa sallam. Aber die Gelehrten und Leute, die Allah fürchten, wenn sie auch eine Sünde begehen, dann zeigen sie das nicht vor den Leuten. Und die sagen nicht den Leuten, ich habe diese Sünde und diese Sünde begangen. Und als Empfehlung, als Empfehlung, wenn du eine Sünde begehst, dann erzähle nicht davon. Nicht, dass man ein Video macht, in Social Medien und fängt an zu erzählen, ich habe das getan und das getan und das gemacht und das gemacht und schaut mal, wie ich geworden bin. Einige denken, das ist Motivation, das ist keine Motivation. Das ist eine Unterstützung, dass die anderen diese Sünde begehen. Weil einige Leute kommen auf die Idee, sagen ja, okay, schau mal, der Bruder war früher schlecht, jetzt ist er gut geworden. Lass mich auch ein bisschen Sünden begehen und später werde ich wieder. Aber das ist nicht so. Und das ist eine Sache, dass die Sünde sich verbreitet wird und normalisiert sich. Dass die Leute sagen, ach, egal. Ich habe es nicht so. Ich habe es nicht so. Ich habe es nicht so. Vielen Dank.